Überweisungsbetrug. Fünf Tipps, um Ihr Schweizer Bankkonto vor Überweisungsbetrug zu schützen. Jede Woche melden sich bei mir Opfer von E-Mail-Betrug, Überweisungsbetrug und Identitätsdiebstahl. Werden immer häufiger im Internetbanking angetroffen. Ich gebe Ihnen fünf bewährte Tipps, wie Sie sich effektiv gegen Betrügsversuche schützen können. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo von SwissBankingLawyers.com. Viele Menschen nutzen in der heutigen Zeit immer mehr Online-Banking. Wenn Sie Online-Banking nutzen, können Sie sicher sein, dass Ihre Bank sehr strenge Vereinbarungen mit Ihnen getroffen hat. In Kleingedruckten werden Sie lesen können, dass Sie für den Grossteil aller Risiken verantwortlich gemacht werden. Sämtliche Verbindlichkeiten liegen auf Ihrer Seite. Letzte Woche hatte ich ein Opfer von Überweisungsbetrug am Telefon. Er hat sein gesamtes Pensionsgeld verloren. Er ist 59 Jahre alt. Sein gesamtes Pensionsgeld wurde mit Hilfe von gefälschten und betrügerischen Zahlungsanweisungen gestohlen. Das ist ein finanzielles Desaster für ihn. Es wird harte Arbeit, sein Geld zurückzubekommen. Mein Mandant kann sich glücklich schätzen, wenn wir einen wesentlichen Teil des Geldes wiederbekommen. Aufgrund der bankenfreundlichen Online-Banking-Vereinbarungen kann es sehr schwierig sein, der Bank Vorlässigkeit nachzuweisen. Eine hundertprozentige Rückgewinnung ist dann meistens die Ausnahme. Viel besser ist es, Überweisungsbetrug präventiv zu bekämpfen. Präventiv. Wenn Sie ein Schweizer Bankkonto haben, ist es sehr leicht, Überweisungsbetrug unmöglich zu machen. Sie müssen mit Ihren persönlichen Kundenbetreuer folgendes vereinbaren. Überweisungen ab, sagen wir mal, 10'000 Dollar, dürfen nur mit schriftlicher Zahlungsinstruktion und einer telefonischen Bestätigung ausgeführt werden. Ganz wichtig dabei ist, Fax und persönlicher Anruf kombiniert. Weisen Sie Ihren Banker an, ihr die Bestätigung nur von einer vorher festgelehten Telefonnummer entgegenzunehmen. Diese Vereinbarung für Zahlungsabwicklungen sollte nur vor Ort getroffen werden. Senden Sie diese Anweisungen nicht per E-Mail oder per Fax. Ansonsten kann der Betrüger seine eigenen Anweisungen an die Bank schicken. Hier müssen Sie vorsichtig sein. Ein korrupter Banker oder ein Schalterbeamter hat Zugriff auf Ihre vertraulichen Informationen und kann Ihre Identität stehlen und verkaufen. Daher ist es wichtig, mit einem Seniorbanker zu sprechen. Ich stelle meinen Mandanten ausschliesslich Banker vor, denen ich vertraue und mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Wenn Sie ein wenig Geld für zusätzliche Sicherheit ausgeben möchten, können Sie auch nach einem Nummernkonto fragen. Nummernkonten wurden früher zur Steuerhinterziehung genutzt. In den guten alten Zeiten mit starkem Bankgeheimnis. Heute können Sie Schweizer Nummernkonten nutzen, um den Zugang zu sensiblen Informationen einzuschränken. Mit einem Nummernkonto schliessen Sie Schalterbeamte von diesem Zugang aus. Der Zugriff auf Nummernkonten beschränkt sich auf wenige Führungskräfte der Bank. Ein weiterer sehr wichtiger Tipp ist, eine andere Variation der Unterschrift für Überweisungen zu deponieren. Verwenden Sie diese Variation nur für Zahlungsanweisungen. Für Zahlungsinstruktionen. Als weitere Alternative können Sie eine Unterschrift verwenden, die Ihren vollständigen Namen oder die Initialien Ihres Mittelnamens enthält. Überlegen Sie sich eine Unterschrift mit Ihren zusätzlichen Namen, die Sie normalerweise nie benutzen. Die sollten Sie für Überweisungen benutzen. Anstelle von Francis Drake verwenden Sie zum Beispiel Francis William Harry Drake für die Überweisung. Ein weiterer wichtiger Tipp ist es, ein separates Konto für Zahlungen geringer Beträge und ein weiteres Konto für grössere Beträge zu verwenden. Wenn Sie ein Opfer von E-Mail-Betrug, Identitätstiebstahl oder Überweisungsbetrug sind, nehmen Sie jetzt das Telefon zur Hand und wählen Sie 004144-212-4404. Zusammen besprechen wir, wie Sie Ihr Geld am schnellsten zurückbekommen können. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.